Liebe Thüringerinnen und Thüringer, 2020, welch ein Jahr. Es ist eines, das wir nicht vergessen werden, denn es hat uns viel abverlangt. 2020 stellte uns vor Herausforderungen und zwang uns, unser Leben grundlegend zu verändern. Und dieses Jahr, das geprägt ist von Corona, es ist noch nicht vorbei. Auch diese Weihnachten wird vieles anders sein. Es wird stiller und wohl auch einsamer. Doch es ist wichtig, dass wir nun Abstand halten, damit wir uns später wieder nah sein können. All das schmerzt. Mir geht es da nicht anders als wahrscheinlich vielen von Ihnen. Liebgewonnene Traditionen haben Pause in diesem Jahr. Große Teile der Familien können sich vielleicht nicht sehen. Die Kinder verzichten auf die Eltern oder die Enkel auf Oma und Opa. Wir schränken unsere Kontakte ein, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Und weil wir möchten, dass wir in den kommenden Jahren wieder mit allen, die wir gern haben, feiern können. In der Zukunft liegt meine und vielleicht auch Ihre Hoffnung. Es gibt viel, was uns für das kommende Jahr Hoffnung gibt. Thüringen und die Landeshauptstadt Erfurt werden blühen zur Bundesgartenschau. Und viele Gäste werden erwartet. Die Sehnsucht nach Kunst und Kultur und vielem anderen bunten Treiben kann sich erfüllen. Ich bin mir sicher, das wird ein beeindruckendes Erlebnis. Genauso wie das Jubiläum 900 Jahre jüdisches Leben, das wir in Thüringen und ganz Deutschland feiern. Es ist Teil unserer Geschichte, die uns tief prägt, die von Schmerz, aber auch von jeder Menge Kultur handelt, im Großen wie im Kleinen. Auch den Freunden und Verwandten wieder nah zu sein, sie zu umarmen und ganz unbeschwert zu sein, gehört zum Leben. Das hat uns dieses Jahr gelehrt. Ich bin zuversichtlich, das wird wieder möglich sein. Ein Stück Weg dorthin haben wir aber noch. Und es wird nicht einfach. Aber ich will auch deutlich sagen, lassen wir uns nicht spalten. Spalten in die, die Rücksicht nehmen und den anderen mit Respekt begegnen. Und die, die berechtigte Sorgen und Ängste für persönliche oder politische Ziele versuchen, zu missbrauchen. Gerade schwierige Zeiten erfordern Mitmenschlichkeit, Solidarität und soziale Verantwortung. Liebe Thüringerinnen und Thüringer, dieses Weihnachtsfest sind wir mehr denn je in Gedanken beieinander. Lassen Sie uns an jene denken, die nicht bei uns sein werden. Genauso an jene, die unsere Hilfe brauchen. Auch wenn es schwerer ist, weil die vertrauten Traditionen, wie sie gerade von gläubigen Menschen gelebt werden, nicht oder nur eingeschränkt stattfinden können. Ich weiß, dass gerade sie durch Kreativität und Liebe für die Wärme in unseren Herzen sorgen. Danke dafür. Liebe Thüringerinnen und Thüringer, dieses Weihnachtsfest ist einmal mehr die Gelegenheit, dankbar zu sein. Allen, die Übermenschliches geleistet haben und noch immer leisten, gilt Dank und Anerkennung. Die größte Anerkennung beweisen wir, wenn wir auf uns Acht geben. Gerade jetzt bei Treffen mit unseren Liebsten, die wir vielleicht das ganze Jahr nicht sahen, sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir gesund bleiben. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest. Wie heißt es in einem bekannten Weihnachtslied? Zünden wir die Lichter an, um Weihnachtsfrieden zu verkünden, im eigenen Haus und für jeden Ort auf dieser Welt.